L Hallo Leute ich bin wieder euer Fabian und dabei ist die ganze Konfirmanden wieder dabei so und wir sind jetzt unterwegs zur Ölspur Gruppenführer mit Susi oder ohne Susi? Ne ohne Susi 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 Abel mit Bill nur nicht Martin nur nicht Martin mir ist langweilig, oder? Haben wir Timox verloren, oder was? Nein, ich bin Felix Das ist unnicht Achso, das stimmt, wir haben Timox ähm, Jungs es steht jetzt ja nicht, wie lang die Ölspur ist wir gehen mal von der normalen kleinen Ölspur aus ähm ich sag euch, dann Bescheid, ist das hier? Irgendwo hier wird das ja wohl sein ähm, LF24 Stadt Florian Stoppenbach von Leitschleikum LF24 hört ähm, wir haben gerade noch einen weiteren Anruf gekriegt, die Ölspur sollte so 500 Meter lang sein ja, das ist verstanden ist die, ist der Bauhof schon bereits vor Ort? Nein, der Bauhof wurde nicht, äh, verständigt Ja, okay, Patrick, dann lass uns nicht hier weiterfahren Der ist ja auch kein Mensch, ne? Also, der hat ja Ja, okay Also, 500 Meter habt ihr jetzt hier mitgekriegt, ne? Ja, geil, Alter Da hab ich ja gleich einen Marsch, äh, mit meinem fetten Chaos gerichtet Muskelkater Muskelkater vorprogrammiert, ja Ne, äh, ja Fahr mal ein bisschen weiter hier ist es noch nicht weiter, weiter, weiter Ist ja Richtung Ortsausgang Fabian, was ist das da vorne auf der Straße? Das glänzt so schön Ja, ich weiß wohl Ich fahr gleich so einen Schritt hin von dem euch hier, dann brauchst ihr die Säcke nicht so weit schleppen So, ich geh, Patrick, wir fahren gleich So, Patrick, lass hier eben die Jungs raus Patrick und ich fahren ganz nach hinten durch, holt eben hier einen Triblitzer raus Und stellt die einmal auf Was? Da müssen Sie sich kriegen, absitzen, alles sind abgesessen Ich hab absitzen gesagt Er hat gesagt, absitzen So, warte, Patrick, komm mal wieder Du kannst draufbleiben So, hier Macht eben, holt euch eben die Bereits ein paar Säcke raus Bisschen Ölbindemittel und dann fangt ihr schon mal an hier, von hier Und Triblitzer habt ihr aufgestellt Patrick und ich fahren Ich würde eigentlich auch steigen Ich würde sagen, ich streue und rest kehrt oder ein Hier ist doch Ölbindemittel und Triblitzer So, Patrick, wir fahren eben nach hinten durch Gib ihm Die Ölspur ist eigentlich auf der linken Seite, warum fang ich für recht? Wenn ich über die Ölspur überfahren Ja, du sollst ihn geben, wir müssen nach hinten absichern, wir fahren noch nicht durchballern 500 Meter sollen wir hier gleich haben Hier bei der Kreuzung, wo bleibt der? Stopp Ja, ich will umdrehen Ja, ich wollte dir nur sagen, stopp Der muss immer den Einsatz schwänzen, der muss immer Einsatz schwänzen So, glaub mir mal im Hut Ich wurde von der gewissen Person zerquetscht Kommt mir nicht da hinten, ne? Hab ich noch einen Platt, Kerl Wo ist ein Krankenhaus? Dann findest du die auch nicht, das ist zart Wir müssen die Geräte vielleicht öffnen gehen Die gehen auch so auf, wenn du Motor an hast Trotz sei Dank Mach Motor schon immer aus Oder geht doch nicht? Doch, geht So, kannst durch, kannst wieder, ups Okay, dann machen wir's so Nein Tschüss Ich bin Pfarrer Das finde Mittelt Alter Tschuldigung, ich habe mir ein Späßchen erlaubt Mür ist mir ein ganz bisschen her gelaufen, Mario Mit der Mittelt nicht oben drauf Ich dachte hier oben wo drin, Rotte? Ja, hier an der Seite hier spinnen Hier Auf colour Über THsatz über die Habe ja hier m da hat er auch in der Mannschaft mit vielmehr ganz langsam wurde und die die Nachschub immer gut MTR beim TV er bringt man bis zum Ölmittelmittel hier das ist genau, warte, das sind 6 Kanister 6 Kanister A25 Kilo und ein Kanister reicht im Endeffekt für 50 Meter für 50 bis 100 Meter kommt drauf an wie dick die ist und da diese hier sehr dünn ist kommen wir mit 60 müssten wir genau bei 500 ankommen, also mindestens meine Brandmeister die Max Mario schnappt euch im schnellen Besen WM Fabi, ja wäre es nicht mal gut zum Öl Öl-Tiger zu kaufen bin ich der Gemeinde Brandmeister oder ist das Felix also da muss ich mal zu Felix nein, du bist eingetragen Mario hol den Besen an unseren Fickern Felix, was willst du eigentlich überhaupt machen? du willst du kaufen einen Traktor von Pixel, ne, Party ich bin Fahrzeug- und Gerätewart ich kann dir die Fahrzeuge anschaffen klar und Fahrzeug- und Gerätewart und Atemschutzgerätewart ja und Felix, ich freu mich uns ja, Fabian, ich teile uns die Sachen so ein bisschen Fabian, ja, Patrick und ich sind multitaskingfähig wir machen alles und wir ach ja, Patrick, wir müssen uns übrigens heute noch um die Fahrzeuge alle kümmern, ne ja, Felix, ne ja, bevor diese Aufnahme jetzt Leute wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da und wenn noch nicht hat ein Abo und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch nächstes Mal wieder zu guckt wenn es ein XPG macht Feuerwehrvideos bis dann und zum nächsten Mal Ciao, ciao haut da rein bis zur nächsten Besichtigung tschüss